und damit hallo und herzlichst willkommen zur let's play night of honor die politische übersicht meine damen und herren jawohl es geht mal wieder weiter nach einer million jahren aufnahmepause don't ask me why es hat mehrere gründe fritz hat angewunden mit dem polen ich weiß es nicht ich glaube wir waren auf kriegsfuß ehrlich gesagt keine ahnung wenn wir stehen geblieben sind stehen geblieben bin aber wir sind auch wo stehen geblieben das ist schon mal das wichtigste schauen wir mal haben wir hier vor den krassen kreuzzug gerade gegen alles und jeden kiew mag uns noch das ist schön machen wir mal hier genau die ansicht habe ich gesucht aber es ist hängen geblieben ich glaube das spiel ist abgeschmiert gg dieses intro ist fast nicht übertrieben laut so das war wohl ein wunderschöner crash zum glück kann man nicht so viel verpasst beziehungsweise wenn man nicht so viel gemacht lösegelt angeboten können wir mal an dem siehst du jetzt haben wir nämlich einen fehler wieder ausgebügelt das freut mich nämlich so mit wir haben einen krieg komania mit lombardern nicht so mit deutschland sind wir noch neutral ich versuche mich gerade wieder so einzufinden wo wir stehen wir sind ein friedensvertrag von polen tatsächlich immer wieder das gleiche interessant ja da werden wir wohl armenien kurde starten und kubaner hier angreifen polen noch ein bisschen ausrotten neapel also guck mal die davon halten hier halten wir schon nicht allzu viel davon ach so das ist aber die karte ist gar nicht mehr deutschland auf jeden fall werden wir das mal machen das klingt nach einer guten idee ich weiß allerdings nicht ob das nach einer guten idee klingt weil ich dafür erstmal wieder reinkommen muss in das spiel um das tatsächlich zu entscheiden so wohin wollte ich wohin wollte ich sie denn damals schicken ach so truppenabfüll gut klingt nach einer guten idee da ist das spiel wieder abgeschmiert meine ohren bluten jedes mal führt euch mal gegrüßt und wir sind mal wieder da und wir starten jetzt noch einmal mal gucken alle guten dinge sind ja drei bekanntlich ob es gleich wieder quescht immerhin wissen wir jetzt schon noch viel besser was wir machen wollten zum beispiel einfach das lösegeld angebot ablehnen weil wir braucht das schon so haben wir mal ganz schnell plus spam wissen wir ja alles bescheid hier ja friedensvertrag von polen ach ne von fest diesmal veränderung damit hat keiner gerechnet plot twist plot twist und das spiel abgeschmiert ich kack ab ok er hat das spiel einmal neu geladen und noch mal neu geladen und auf einmal hat sich die auflösung von spiel verändert ist etwas größer geworden i guess mal gucken so leon bietet heute mein friedensvertrag an wird es nicht so langweilig wenigstens hier sind rebellen wo sind denn unsere libellen unsere libellen sind ja wollen wir die mal ganz kurz noch ent rebellisieren das klingt doch ganz in ordnung ich meine mal gucken ob es wieder quescht aber hey alle guten dinge sind ja 50 habe ich ja fast vergessen nicht war so dann machen wir mal nach kiew durch das sollte die hoffentlich nicht allzu sehr schweckern müssen wir hier alles zum hinstellen können ein paar leute hinstellen freuen die sich natürlich haben sie das was erwartet wird wenn schließlich unsere armen und was das mit steam gerade nicht richtig aber das ist mir auch scheiße egal was mit steam ist denn steam ist eine dumme sau so machen wir doch mal diese rebellen hier einmal ganz kaputt wie es sich gehört für einen guten kaputtmacher lösegeld angebot das ist schön das ist schön ja 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 so jetzt mal ganz kurz hier noch mal gucken genau noch mal darien auf zehnmal die die zwei erfahrungspunkte sind natürlich besser als einer nehmen wir doch gerne hin sollte ich da unten unterstützen ich sollte es vermutlich möchte ich es feind feind richtig feind feind hier heute was zum ausbauen naja theoretisch ja basilika bäm vielleicht erst mal alles ausbauen hier nicht wahr so gehört sich das nämlich auch lösiger lange wurde immer her damit wenn ich habe zwar schon mehr als genug geld noch aber ich habe ein ehrenhaften sieg er auch pränz ist erwachsen da ist gerade verschwunden ok finde ich in ordnung kann sich ruhig öfters verpissen wollte ich nicht meine truppen erst mal irgendwie heilen oder so hallo ich glaube fast dies war mein plan ausländischer guck mal bei 12 versammelt sich die mächtigsten herrscher europas um den höchsten unter ihnen zu wählen der von nun einmal ganz europa herrschen soll nun ist es wieder nun ist wieder irgendwas gekommen ich kann nicht lesen weil ich bin dumm so zuhause verstehen mikolai königreich der deutschritter oder daniel kaiserreich von deutschland ich glaube die haben meinen namen falsch geschrieben ist auch egal ich könnte ich lorenz von 17 verzichte auf die abstimmung so ein zufall sowjetus la von kia verzichtet ebenfalls sehen die der lombardei möchte auch nicht der nate von nerpel auch nicht und auch richard von schrottland möchte nicht hallelujah niemand konnte zwei drittel aller stimmen für sich gewinnen so ein zufall aber auch gut warte mal bin ich die deutschritter ich bin der fucking deutschritter stimmt ja mann gott bin ich behindert aber auch das ist jetzt irgendwie peinlich aber ich nehme es hin und lache es einfach weg hehehe hehehe ok das das war überzeugend das sollte keinem mehr auffallen dass irgendwas war ok könntest du mitlaufen das ist ja cool ach halt mal warte ne doch 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 damit auch mitlaufen ja das ist das ist echt ultra interessant was da unten gerade steht das ist so schön ich könnte gerade im dreieck kacken dieses hässliche mistprogramm warte mal so hier wollen mich selbst äh fucking maulweber jetzt deinstallieren so ok spannende meldungen sind spannend deswegen tauchen sie dann einfach mal auf ich hoffe sie haben nicht zu sehr gestört ja hallo moldawien möchtest du dich denn den deutschrittern anschließen ja scheinbar möchten sie das das freut mich war dann kannst du gleich mal wieder ein neues aller anholen können wie sieht es bei dir aus kannst du eigentlich auch gleich machen ich hasse es ne lösse geld hey musik kommt wieder angeschissen äh angetrödelt ist ganz cool ich mag die musik habe ich ja schon mal glaube ich ein oder anderes mal erwähnt ja ein brote ist angekommen der lombard daim das ist ja das ist ja als gute nachricht oh gott jetzt habe ich auch noch ein video mit diesen schwachsten skalamen an ich meine hey in den inoffiziellen let's plays boah wie nennt man das denn in diesen spontan aufgenommenen videos äh mach ich das ja auch schon also warum nicht auch hier hey 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 ist doch toll witzig und hast du nicht gesehen ja wir belagern sie doch schon ist doch gut ich hoffe euch gefallen diese beiden videos die ab und zu mal reingeschissen wurden ich fand sie ganz witzig blum eins nachricht von mir tut mir leid jetzt sind wir erstmal erstmal hier hinten ich meine sie ziel die mark und zum momentan das heißt eventuell lassen wir uns ein bisschen in ruhe lassen wir uns in ruhe ach so ist ein rebell das wäre ja halbwegs ganz toll dann müssten wir nur einen krieg erstmal machen hier so du möchtest du mal auf die fresse lass dich einrichten natürlich hast du fast wieder einen trupp verloren achst das ekelhaft ja ist gut man jetzt schreiben mich alle an ich hasse mein leben die ganze zeit kommt nix und dann auf einmal hey jetzt schreiben wir dich an für den rest deines lebens okay angriff auf darkien macht darkien mal kaputt hier wunderschön so muss das doch blitzkrieg leute blitzkrieg kumania sieht nicht mehr ganz so fit aus meine truppe miau nicht mehr aber ich mute es ihnen dann doch trotzdem noch zu ich weiß gar nicht wo du bist aus schrottland wenn schrottlern möchte auf die fresse aber immer doch schrottland aber erstmal speicher ich weil das ist ja schon ziemlich viel passiert und ne gebranntes kind ja da bist du erstmal verwirrt das ist dein gutes recht aber auch dein gutes links also wenn du sagst du möchtest auch links verwirrt sein dann darfst du das auch tun ansonsten ist alles andere illegal so belagern transsilvanien scheißalaber hallo das ist aber überraschend dies könnte bisschen problematisch werden ah passt schon kaum eindeutig überlegen hau weg hau weg die scheiße mach sie kaputt jawohl ja wir müssen den krieg ziehen das müssen wir schon in jeder zeit weil sie es noch nicht aufgefallen ist aber erstmal müssen wir zurück nach jedi sahen weil uns die truppen wieder mal ausgehen naja ekelhaft so lösegeldangebot hau rein also wer möchtet denn jetzt auf die fresse kriegerklärt kastien wer bist du kannst du das hier nochmal in deutschland schreiben achso rastien ich kann auch nicht mehr lesen lösegeldangebot ja ist doch gut man schreibt mich doch noch 20 mal wusste gar nicht dass ich heute so importen bin so und ist überall krieg das ist toll ja das hast du schön gemacht sitilien okay sitilien geht auch noch bei mir plündern das heißt wir können auch bei sitilien eigentlich plündern gehen das macht mir dann einfach mal eigentlich überhaupt kein problem das lässt mir überhaupt kein graues haar wachsen ja das machen könige manchmal so prinz geboren sogar cool ach guck mal ja verpiss dich mal dankeschön kein kreis zu den waffen eine stadt wird belagert das heißt die verlieren wir gleich wieder schade um da gehen aber holen wir uns gleich wieder zurück macht ja kein kopf drum ich muss hier erstmal ein bisschen meine family hier muss ich erst mal meine family händeln so hammer in die lombardei dass die alles hier so wegkrepieren das liegt glaube ich fast schon in den deutschrittern weil die einfach fucking lahmarschig sind an der seite sind sie auch fucking stark und wenn sie hat irgendwann mal die chance hätten halt ausgebildet hier so ein sternchen dazu bekommen dann ist das glaube ich auch ziemlich nice aber man müssten halt erstmal überleben das ist halt die holy quest of them können wir mal bitte ganz kurz ausrotten das geht mir so ein bisschen auf den keks ok was haben wir friedsvertrag von tunis ich weiß gar nicht wo du bist politisch geografisch gesehen ich meine ich weiß ungefähr aber ich weiß nicht wo es hier ist gerade deswegen mach ich einfach mal frieden ja aber ich muss mich erstmal hier auf die wichtigen teile konzentrieren ach kiev ach kiev weißt du wenn du wenn du in so einer position bist dann erklärst du doch kein krieg naja gut ist in ordnung ich meine das land hier oben kann ich auch noch nicht holen ja ist ja kein problem hier kurz mal neue leute holen und dann geht es los mal kurz kiev noch mal ausrotten kiev hat jetzt erstmal eine priorität warum ist ganz einfach sie sind einfach hier sie sind innerländisch und innerländisch nervig das möchte ich nicht so einfach ist das wie sieht es aus hurra hurra nach damaskus krieg erklärt ist ja blöd ausgerechnet damaskus die machte ich doch immer so ich meine die haben doch die damaskus soße erschwunden die damaskus soße ich lach mich weg mein gott immerhin habe ich noch immer der scheiße laber drauf nicht wahr wenn sie sein talent von mir bleibt erhalten eure hoheit eure hochheit ich bin heute eure tiefheit belagern von irgendwoher belagert macht mal weiter solange der typ mir das hier nicht in die fresse wirft ist die belagerung sowieso zum scheitern verurteilt diese laute musik ist komisch sie verwirrt mich gar sehr aber erstmal bin ich eigentlich negativ piste ich vor allem harmonisch krieg fritz hat auch zu unterzeichnen der als beweis dass das im ernst ist wow weißt du wenn ich jetzt sein will wie ernst es mir ist vernichtet sich einfach und zwar der krieg erklärt auf frankreich frankreich möchte auch mal auf die fresse schade ist der vertikanus noch kein krieger klettert aber der vertikan traut sich nicht weil wir ein bündnis haben haha dann hat er wieder mimimi am arsch er hat mimimi am arsch meine beschreibung ist einfach perfekt das könnte daran sein dass mich die musik verwirrt aber ich weiß es nicht bringt zwar überhaupt nichts nach ungarn zu handeln fritz war drauf an fea guck mal kommt angeschissen möchte gleich wieder krieg er möchte gleich wieder frieden auch sehr süß mensch habe ich fast mitleid mit ihm tschüss ja okay erstmal deine eigenen stadt plündern du bist echt ein bisschen heftig bist echt ein bisschen kernbehindert ne aber na gut macht ja nix angriffsbegehren ja irgendwie nicht so alter hasst es hasst es ich meine kann die k.i. nicht wenigstens so asozial nett sein und sagen okay ich gehe jetzt sowieso wieder auf rampage dann lasse ich mich hier gleich umbringen nein sie rennt weg und geht zum nächsten hui eine schlacht haben wir mal gewonnen gehen wir mal nach tambor ich glaube da haben wir zwar nicht so die premium soldaten aber es bleibt mir alles übrig ich speichere mal eben dieser leck hat mir nicht gefallen obwohl war das auto speichern ich weiß es nicht sicher ist sicher nicht wäre ja schon ein bisschen scheiße politische übersicht ach ich denke mal kiew können wir hier noch locker ausrotten ach wir müssen nach überland ins land der irren ins land der irren irren ja es war keine lebensgarde aber was soll ich machen so ganz kurz mal einen kleinen abstecher hier hinten noch er möchte aber hart sterben prinzessor wachsen cool äh erstmal weiß ich nicht ein und für sich noch ein marschall wäre nicht ganz so beschissen ähm machen wir hier unten noch jedi sagen jedi sagen jedi sagen da werden die jedis alle ausgebildet bei der weg so dann wirst du hier eine ganz neue rasse von kriegern herzüchten wenn du kaputt gehst ist das auch nicht so schlimm weil ich meine hey unsere werte königin ist ja ein bisschen bumsbereit ach komm jetzt kratz halt ab das ist schlecht weil jetzt wenn wir jahreslauf verlieren ach jahreslauf ist hier unten okay komm geh kaputt die holen wir uns doch gleich wieder zurück bleibt doch mal ganz gechillt das ist echt abfackend bisschen aber passt schon aber das haben wir ja wohl sowas von oh hallöchen oh scheiße kann ich dich gar nicht das dann kann ich dich denn dazu bewegen zu bleiben ach das finde ich aber schön na komm willst du auch noch mitmachen na komm na komm ja fein so der geht blöd an der geht aber sowas von blöd an er schämt sich nicht mal er schämt sich nicht einmal so dreist ist der typ aber gut ich werde ihn jetzt einfach mal gekonnt ignorieren das nehmen wir dann mal vor lauter freude ich meine ansonsten der puff ist hier halbwegs gut verbalkadiert halbwegs mal so gar nicht aber hey der wille zählt i guess deutschland sind wieder kaputt gegangen du machst hier also stress sag ich dir nicht du petzt so mal ganz kurz hier unser land wieder zurück holen vielen dank ok kuckuck ibims 1 hinterhalt oh ne Apple wie süß und die nächsten leute die noch was haben ich hasse mein Leben na du kleiner scheißer ja gut ich hätte ihn vielleicht in die stadt schicken sollen mein herr mein herr mein herr mein herr manna 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 oh jetzt renne er weg na gut dann soll er doch mal rennen reisen soll man ja nicht aufhalten bekanntlich eure hoheit eure hoheit eure tiefheit unsere bevölkerung wird aufführerisch eure hoheit hoheit ho ho hoheit ho 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 wir müssen in den hoho ziehen ach Deutschland ich dachte der Vatikan hätte dich vernichtet ach komm wie viel willst du denn jetzt noch vor zweifelt rausschicken ja mein Herr du bist esse schwul Oh boy Ich meine gut, gratis Training Ich sollte mich eigentlich nicht beschweren Aber Ich würde gerne zu Potte kommen, wie man so schon sagt So, du bist eindeutig überlegen Das kann ich dir eigentlich so überlassen Du bist eigentlich auch da eindeutig überlegen Du fühlst dich weiser Ich fühle dich nochmal schwärzer Ja, ausgeglichen Sollte ich wohl im Auge behalten Ja, feindliche Truppen Überqueren und dauernd irgendwas Ach, warte mal Wir müssen auch noch in den Krieg ziehen Mein Terminkalender ist ja ziemlich gefüllt Wie mir scheint So, mal ganz kurz hochheilen Das sollte ja alles ganz in Ordnung sein Und dann auch noch Vladimir Jaja So, mal kurz gucken Okay, er ist eindeutig unterlegen Das heißt, er geht mal ganz kurz heim Er sagt, er noch rumreicher Sieg Das freut mich Mein Herr Mein Herr Hm, er ist ausgeglichen Krieg erklärt, Tripolis Na, ist ja blöd Äh, hallo Ja, ja Geh du mal da weiter Ich geh mal da rein Ich bekämpfe die Ursache Und nicht die Symptome Nicht so wie unsere Bundesregierung Was Ähm, okay Der wird wahrscheinlich gleich voll auf Konfrontationskurs gehen Oder Ja, ja Mach dies mal Ja, ja, ja Tschüss Belagern So, Vladimir Willkommen bei den Deutschrittern Der König ist tot Ist blöd Gebe ich zu Aber Wir haben vorgesorgt Beziehungsweise Der König hat fleißig Bumsi Bumsi gemacht Und die Königin hat fleißig Gebär Gebär gemacht Und dann Ne Haben wir fleißig Nachkommen erhalten Würde ich mal behaupten Okay Morale Armee Ist schon mal nicht verkehrt Du bist erstmal nur um rumstehen Das heißt Du kannst erstmal wieder heim Wobei du könntest eigentlich Drei mal richtig heim Äh Kämpfen Warte mal Wir haben ja hier zum Glück Bütchen Weil da kommt nämlich schon Das nächste Stück Kütchen Das möchte ganz unbedingt mal Auf die Fresse Ja, mir gefällt es auch Gut Die letzte Stadt von Kiew Das sollte klappen Haben wir das wohl Und dann Auf Zurück nach Jedisahn Währenddessen Können wir die schon mal wegschmeißen Und den eigentlich auch Tut mir ja fast schon leid Aber ist halt so Friedenswetter von Armenien Ich weiß gar nicht wo du bist Deswegen interessiere es mich nicht für dich Belagern Supi Ähm Ein neuer Deutschritter Und die Lebensritter Wenn es recht ist Vielen Dank Und dann wieder zurück Du liebst das Meer Und gleich sagst du mir Es wurde langsam Zeit Vom Bot zu gehen Bitten wir Na komm Komm Schade noch nicht So Dann mal auf Die letzte Stadt von Kiew Hier uns besorgen Jawoll Und tschüss Kiew wurde vollständig Von den Deutschrittern ausgelöscht Das ist ja blöd Aber jetzt wisst ihr Was passiert Wenn ihr euch Mit den Deutschrittern anlegt Werdet ihr daraus lernen Ha In 100 Jahren nicht Allerdings Mach ich für diesen Part Auch erstmal Dann einen kleinen Cut Und wir sehen uns Im nächsten Part Von Nights of Honor wieder Der hoffentlich nicht Wieder drei Monate Auf sich warten lassen Wird Tun sein werden Und sonst Viel Spaß mit In anderen Projekten Und Liken Und Subscriben Nicht vergessen Wie man ja heutzutage So schön sagt In AC Deutschland Ich meine YouTube Deutschland Und Whatever Bis zum nächsten Mal Ciao